Eine Wündel! Das ist eine Wündel! Das ist eine Wündel! Das ist eine Wündel! Hi, ich bin Jeff Kinney, der Autor von Greggs Tagebücher. Und heute zeige ich euch, wie man Gregg zeichnet. Ich beginne immer mit dem Zeichnen der Augen. Danach fast wie ein kleines Zeh und einen Kreis. Dann mache ich mit Greggs drei Haaren weiter. Und dann ein umgedrehtes Zeh für sein Ohr. Heute hat er ein kleines Lächeln im Gesicht. Gregg ist etwas gebogen, fast wie eine Banane. Und er hat vier Finger. Normalerweise haben Comicfiguren nur vier Finger, weil das gerade genug ist. Er krümmt sich noch einmal, sodass sich seine Beine nach innen biegen. Wenn du eine Linie anders zeichnest, wird er nicht mehr wirklich wie Gregg aussehen. Es ist wichtig, eine Grundlinie hinzuzufügen, sodass die Figur auf etwas steht. Ansonsten würde es aussehen, als ob sie herumschwebt. Ich male noch Greggs Hosen schwarz auf. Und das ist Gregg Heffling. Das ist perfekt! Greggs Tagebuch Böse Falle. Ab Donnerstag, 1. Juni nur im Kino. Ab Donnerstag, 1. Juni nur im Kino. Honestly, es ist sehr esquecord. Von Doberfl 아무? Ab Donnerstag, 4. Juni nur im Kino. Tapi bei dir wenn du mehr information préparer. Gew Netto. Eben,илatur und deployment. Vielen Dank.